hallo meine freunde willkommen zurück bei star wars outlaws willkommen zurück in mirogana in makar als spielhölle da müssen wir jetzt hin da führt uns die outmission jetzt hin zwei folgen lang haben wir jetzt schadzsuche betrieben aber jetzt wird es mal wieder zeit dass wir die spielhölle wieder betreten hier malzeit freunde malzeit bin wieder da ach so ein bisschen vorsichtig laufen wir sind hier immerhin ein verbrecher so ich will auch gerne meinen ruf mit den pikes ein bisschen verbessern mal schauen ob man hier irgendwo den tassen ich achte darauf dass man hier mal irgendwo zu hören können wir lehnen uns mal an hier ach schon nix ja hast du deine wetter verloren gehen wir hier rein da ist er hey mein freund also alle hat gesagt du hast ein hacking kit für mich ich will zurück in mein bezirk ich danke dir die hackerin quest abgeschlossen damit haben wir jetzt ein hacking kit sehr sehr schön sehr geil sehr sehr geil okay sehr nice genau hier haben wir das hacking kit schluss auf gegner die nicht wissen okay sich befindet richten zusätzlichen schaden an aber auch sehr geil brauchen wir auch okay was brauchen wir hier schieße abgelenkte gegner mit dem blaster nieder schließe einen infiltrations auftrag ab gut befiehlen nix verschiedene aktionen durchzuführen hack geräte in drei oder weniger versuchen aha fiese falle ermöglicht nichts mit alarmkonsolen zu interagieren schließe einen schmuggler auftrag abschlage einen imperialen obizier nieder und knacke verschiedene schlösser das ist die anlage auf der waren wir schon oh hier brauchen wir code knacker chip die schiffs die wir haben einen code knacker chip in ihrem versteck in der verlorenen steppe auf der scharer ah und ein häufig ins von syndikaten kontrollierten gebieten zu finden kann bei plünderern gekauft werden code knacker chip okay so viel dazu ausrüstung haben wir jetzt werkzeuge das hier das hacking kit haben wir am start fähigkeiten haben gerade geschaut und journal hacking für fortgeschrittene das wird geschrittener hacking kit kann verwendet werden wir eine fortgeschrittliche konsole zum gehen die ein vorratslager schützt laja deinen ord empfohlen im umgang mit fortgeschrittener hacking zu üben machen wir ich habe dein hacking kit danke ich schicke dir die koordinaten zu einem vorrat damit das testen kannst danke ohne dich wäre das nichts geworden du wirst deinem namen gerecht meinst du das ich bleibe auf der rentale raumstation bis ich weiß wo es für mich hingeht komme ich doch besuchen mach mal wenn wir soweit sind zuerst mal hier raus so wie wir reingekommen sind hier müssen wir jetzt irgendwo eine konsole haben hier wahrscheinlich hier muss die konsole irgendwo sein südosten südwesten da komme ich nicht rein ah hi hier ist ein kleines neben geschäft hier aufgefallen ich habe nichts zu verbergen wenn sie ärger mit dem imperium haben kann ich ihre probleme mit nur ein paar kredits lösen danke für den tipp sehr sehr cool so trotzdem gehen wir jetzt rein ich muss nämlich diese konsole hacken hier ganz genau die hier so also hacken subroutine in hacken okay also man könnte probieren was was das ich brauche vier ne ich brauche einen weg mit vier das das ja ich hab's das 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 oh okay das war ja kacke shit aber ja und das haben wir schon mal hier so wir machen mal das an erster stelle das 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 zwei haben wir schon mal also müssen die beide wahrscheinlich in der mitte ne das 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 okay das kommt ganz vor und das sind ich hab das taking kit gar nicht ausprobiert ne was für ratten hier die können ja fliegen die ratten die ratten ablenken ne ich hab das hacking tool gar nicht probiert ne suchbereich da oben okay ich muss da hoch das heißt freunde als die quest ich kann sie auch nicht neu starten es ist zum kotzen eigentlich ich bin zwar auf der suche hier nach einem dubiosen händler in einer seiten gasse ich sag gleich neben dem markt soll hier ein dubioser händler sein das wird's nicht sein weil das hier ist der markt und dann muss es hier eine dubiose gasse geben der verkauft nur sachen unter der hand so war man hier eine seiten gasse das hier ist so eine gasse oder da ist kein händler da herum steht der verkauft nämlich blaster teile hier steht auch keiner rum habe ich die quest überhaupt gestartet im journal hier schwarzmarkt händler da sehr schön hier war schon der falschen richtung unterwegs vom markt ja was ist das schon hier das ist aber nicht die nein das ist der nein hier brauchen wir doch gerade schon der verkauft nur an freunde hey ich suche nach lalini und wer bist du ein freund von alo alo lernt in letzter zeit echt viele leute kennen folge mir yes sehr schön haben wir das doch wonach suchst du blaster teilen mein freund blaster teilen jeder während eines adrenalentschubs besiegt die gegnerregeln deine gesundheit ok das ist cool für fähigkeit benötigt starke legerung für deine verbesserung verwendet wird für viele verbesserungen hier informationen informationen müssen wir sowieso mal kaufen die hose wird enorm reduziert der schaden ok hier kaufen wir mal wir sind im geschäft eine starke legierung kaufen wir auch mal die du an die steuer verloren hast dass du länger durchhältst erhalte zwei tipps zurück rückerstattung sapack kontrollkarte gute informationen haben gekauft und das bräuchten wir ja hier ne für die quest so die haben glaube ich auch gekauft ne haben wir die gekauft jetzt weiß ich gar nicht jetzt haben wir sie gut lalini ledeno schmugglerin so was verkaufen so was verkaufen dem korax ring die verkaufen nicht das wird alles für fähigkeiten hier benötigt hier verkaufen tun wir dem nichts das daten geben hätten wir machen können das bleibt schön unter uns sehr schön da haben wir wenigstens die quest abgeschlossen hier im journal ansehen gestohlene imperielle waren annaxis grobian jacke die ausrüstung findet sich an der markierten position es könnte gefährlich sein tut aber ist das risiko wert geil das machen wir dann haben wir hier noch die annaxis ne genau die informationen haben wir gekauft dann gucken wir mal auf unsere fähigkeiten hier haben wir noch nichts neues und unsere ausrüstung eine auf agama gefertigte hose die einfach gehalten ist in der beweglichkeit wenn das plastik nicht einschränkt ja das ist schön robuste hose gefertigten planeten wir brauchen haben wir gerade neue hose gekauft die genau und dann haben wir ein gürtel kannst mehr granaten tragen heimliche niederschläge regenerieren deine gesundheit den brauchen wir den brauchen wir so fähigkeiten tja so also da sind wir hier wieder raus in toshara gestohlene imperiale waren ja die quest also das spiel hat halt noch ein zwei bugs aber was solls das ist oh ne da dürfen wir nicht rein ich habe diese cave best so satt sie macht nichts als probleme ach ja mach ich brauchen sie eine entscheidungshilfe kaufen zugriff vorbei gab nein bessere angebote finden sie nirgends wissen sie jaja könnte er sich ja mal überlegen mein freund zu werden und mir sowas mal zu verticken habe ich mich jetzt schon wieder verlaufen ich glaube wir werden keine freunde ich und der markt einmal im kreis treppe hoch war es glaube ich nicht ne treppe hoch kommen wir zu crimson dawn aber wenn es imperium hier ist dann sind wir richtig so geht mal bitte weg hier hier ist immer makos spielhalle sehr gut ja alte die fresse hast du immer noch ärger mit den sturmtrupplern ständig die lassen mich nicht in ruhe und jetzt ist meine fracht nicht angekommen keine bakter fiolen kein juma saft nichts Moment ich bekomme noch rabatt oder das war das beste angebot auf mirogana und es war einmalig ich kann mir das nicht mehr leisten es sei denn das imperium hört endlich auf mir das geschäft zu vermiesen und wenn ich dir dabei helfe deine lieferung zu finden dann könnten wir das angebot vielleicht dauerhaft beibehalten wenn du das tust bekommst du dein leben lang rabatt meine ware war auf einem schiff namens windsegler windsegler ja ich halte danach ausschau na da haben wir doch noch ein deal gemacht hier ich dachte schon die folge hier wird komplett für den arsch aber scheinbar nicht so wir sind wieder im marktviertel wie gesagt ich will ja eigentlich einfach gerade eben nur kurz raus der markt ist so verwirrend ich bin schon wieder hier was ist denn das hier wie kann gorab diese gewürzratte nur dulden dulden er ist genauso wütend wie wir dann soll er etwas unternehmen wenn wir sie gewähren lassen dann wirken wir nur schwach sie bekommt was sie verdient vertrau mir ich muss wohl mächtig aufpassen ja müssen wir so oh shit die pikes sind ja richtig sauer auf uns also ihr habt damit natürlich nichts zu tun ich habe das verbockt aber jetzt muss ich erstmal aus diesem markt hier raus hier waren wir doch heute schon dreimal oder? ach ey halt die klappe hier wird es ein bisschen heller heller von sinnen ich glaube es ist einfach immer geradeaus hier kommt ein bisschen Binte her könnte von draußen sein aber wie gesagt schlapp jetzt irgendwo einfach geradeaus hey und das hat funktioniert sehr cool so 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 sind wir dort wieder raus ey nervig die Quest nicht funktioniert ach die Folge kannst echt eine Tonne kloppen so so dann dann Journal verschwundene Lieferung 184 Meter Mirogana Tal komm mal verschwinden wir hier na dann ich soll ein bisschen Action heute wo ist denn die Bahn? ist das die Windsegler? was ist mit Yonkas Lieferung passiert? Yonka hat nicht bezahlt was? also haben die Zollbeamten von Renpali alles beschlagnahmt und du sagst ihm das nicht sondern haust einfach mit seinen Kredits ab? ist doch nicht meine Schuld dass er mit den Zahlungen im Rückstand ist wenn du dich drum kümmern willst viel Spaß mhm Zollbeamter 2,7 Kilometer Station Renpali Toshal Orbit ok ja wir müssen dem Händler helfen er gibt uns lebenslang Rabatt Freunde lebenslang ah da befindet sich im Orbit ne? naja wir fahren uns das mal angucken und ansonsten machen wir weiter Hauptmission würde ich sagen so 2 Kilometer noch da kriegt man doch noch was gebacken hier den Gleiter rennen will ich noch nicht ich will erstmal alles verbessern hier die beiden auch ja ich will diesen Boost ich will diesen dass der 3 Minuten geht na viel Spaß wir müssen also zur Station Renpali wir müssen also zur Station Renpali oh alter ich hab nicht nach vorne geguckt die ist da drin die ist da drin so Tyspeed übers Wasser Tyspeed übers Wasser so der wärmer ja und da ist Hoffnung hier ist auch unser Schiff hier ist auch unser Schiff können wir zum Orbit fliegen hier so erstmal an der Bergbank erstmal an die Bergbank sooo so nein wieso können wir das nicht verbessern Dürfen wir das noch nicht Dürfen wir das noch nicht wir haben alles das ich verstehe es nicht wahrscheinlich weil ich das gerade eben nicht ausgerüstet habe oder kann das sein ne ich glaub es nicht hier ich hab alles ich darf nicht ja hab ich ich darf noch nicht aber darf ich denn ins Cockpit jawoll ich darf ins Cockpit super Freunde sehen wir uns in der nächsten Folge wieder also dran geblieben reingehauen liebe Grüße euer Rob tschau machts gut